Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zu wilden Jagd. Die Geisterkabalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. So, genau, das letzte Mal ist ja der Stream abgeschmiert hier. Richtig gut. Und ich habe geguckt, wo wir stehen geblieben waren. Also so viel ist tatsächlich nicht verloren gegangen. Ich hatte kurz gespeichert, bevor der Stream abgeschmiert ist. Und ja, ich glaube, wir haben da unten noch ein, zwei Sachen gemacht, aber das ist jetzt, glaube ich, erstmal egal. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt noch machen. Deswegen würde ich hier einfach mal gucken, was wir so machen wollen. Hier haben wir eigentlich nur Gewind und die Faustkämpfe und diese Einladung. Wenn ihr irgendeine Quest, äh, ah hier, wir könnten auch nochmal einen Hexerauftrag machen und wir könnten eigentlich mal Schätze suchen gehen. Jo, ähm, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Quests, ähm, einfach mal schreiben in den Chat. Ne, dann gucken wir da gerne rein, ähm, wenn der sagt, äh, wir haben, ja, Bock auf Hexeraufträge oder so, dann gucken wir, welche wir da machen können. Oder halt Schatz suchen. Ähm, oder halt Hauptquest, je nachdem. Nebenquest, ne, jetzt haben wir alle durch, glaube ich. Wir können natürlich auch bei den Abgeschlossenen mal reingucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Jo, na, dann machen wir das Peile an. Dann gucken wir hier mal bei den, bei den Schätzen durch. Äh, dann gucken wir als erst, gucken wir mal, wo die sind. Äh, da drüben. Ähm, ja, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Dann können wir hier mal die ganzen, die ganzen Sachen hier mitnehmen. Mal hier die Anschlagbretter hier überall, dann kriegen wir da auch neue Quests. Und wo ist die andere? Wollen wir mal gucken. Sonst stehen wir direkt daneben. Äh, äh, achso. Ich muss ja erstmal die Notiz lesen dafür. Ne, die ist sie nicht. Unverschickter Brief. Der sollte wahrscheinlich sein, oder? Ja, das war. Okay. Das war jetzt der Schatz? Okay. Jo, liest die Notizen, die du gefunden hast. Na gut. Boah, dann nehmen wir die Greifenschule in Ausrüstung und gucken wir mal, was da so geht. Die Greifenschule mag ich ja eigentlich auch. Die wurde aber in den, in den, ähm, in der Serie, äh, so gut wie gar nicht beachtet, glaube ich. Also auch alle anderen Schulen nicht wirklich. Also Geralt klar, äh, mit seiner... Achso. So. Äh, Geralt klar mit seiner, äh, Wolfsschule. Aber die anderen so an sich wurden gar nicht... Wurde gar nicht drauf eingegangen. Dabei gibt's ja so viele Hexerschulen eigentlich. Gibt ja richtig viele. Äh. So, ich muss jetzt eben mal hier halt. So, ich muss jetzt eben mal hier halt... So, ich muss jetzt eben mal hier halt... So. Jetzt sind wir auf dem Weg. Äh. Freifler, Hundeblut, alle auspeitschen, beide vom Arsch reißen. Mein guter Junge, hab Mitleid. Erbarm dich einer alten Frau. Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Freifler, die Pocken sollen sie holen. Den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Okay. Das wollen wir ja nicht. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Ich find's doch immer geil, wie ganz Professioneller sich erstmal hinhocken muss. und sich den, sie sich den Holz anguckt. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Ja. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Boah, naja. Das ist Ansichtssache, ne? Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mach ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Na, ist ja klar. Du siehst aber schlimm aus. Ja, danke. Du siehst jetzt auch nicht aus wie, äh, Model. Aber ist okay. Wir urteilen ja nicht, ne? Ohne Wertung. Da unten habe ich noch keinen Weg. Ja, ein bisschen Weg gespart. So. Ich habe hier sehen, wir haben ja hier... Achso, genau. Ich wollte das Fiebernschwert, wollten wir ja, äh, auf jeden Fall wegpacken. Oh ja. Was ist denn da los? Was ist das für ein Bug? Das nervt mich ja ein bisschen. Vor vier Tagen ist auf jeden Fall ein Patch rausgekommen. Also wurde nochmal ein bisschen was gepatcht. Keine Ahnung, ob die da jetzt nochmal irgendwie Probleme haben oder so. Warte mal. Eine Idee habe ich noch. Okay. So. Nö. Hä? Was soll das denn? Hm. Warum ist da mein Inventar so kacke? Oh, nein. Aha! Sofia. Ew. Das find ich ja jetzt doof. Ich probier mal, das nochmal neu zu starten, ja. Ich speichere hier mal. Find ich irgendwie... Ich starte mal das Spiel nochmal neu. Mal gucken. So, mal gucken, ob das Inventar jetzt geht. Ne. Das ist ja eine Kacke. Mit dem Inventar, warum das da flackert. Im Stream wird das aber auch so angezeigt, ne? Ja. Ist das ein Rotz? Naja gut, kann ich jetzt nicht ändern. Schade. Kaputt gepatcht. So einblitzen. Wo ist das Pferdchen? Plötze? Ne, hier. Ja, das war noch nie. Also... Alter, dann noch weiter. Lauf, Plätze. Ne. Ja, wie gesagt, weiß ich nicht. Also... Ja. Keine Ahnung. Also wie gesagt, vor vier Tagen kam halt ein Patch raus, wo sie ein bisschen was gemacht haben. Oh. Hier ist ein Händler. Oh. Sei gegrüßt. Ab und zu haben die mal Quintkarten dabei. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Nö. Aber bei dem können wir ein bisschen was verglückern. Da ist ein paar Waren. Alle die ich mitnehmen, was wir kriegen können. Immer schön die Händler leermachen, das Gold, das brauchen wir. Ach ja, schade, aber na gut. Soll uns jetzt nicht ärgern, kriegen wir auch so hin. Komm schon, Plätze. Genau, motivieren wir nochmal das Pferd. Ich muss wieder in den Wald. Warst du nicht neulich erst bei ihnen? Ja, und ich hab geschworen, ihnen ein Objekt zu tun. Was gibst du den Damen denn als Damen? Ich hab sie gefragt, wie ich meinen Saufkerl bloß zu verstand bringen soll. Sie haben einen Sack Irse von den Herrinnen bekommen. Wir haben sie nicht zu den Männern von Baronen, oder? Das stimmt. Meine Schuhe hat es auch gesagt. Okay. Das schmatzt noch lauter, Junge. Haben nicht alle gehört. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Was denn? Zeig mir, was du anzubieten hast. Was ist denn der hier? Irgendwelche Schema da? Bei dem können wir mal die Waffen verkaufen. Ich habe ihn angeboten, die Waffen verkaufen. Was? Ja. Zack, muss ich hier wohl noch rechnen, Junge. 19 hat ungefähr 30, 60, 20, 15 und 11. So, optimal. Bis dann. Ja. Das sehe ich auch so. Ähm, jo. So, können wir als nächstes dann da noch mitnehmen. Tja, keine Ahnung. Vielleicht, äh, macht sich ja das Inventar da auch nochmal... So, komm. Kann ich da jetzt beruhigen? So, ich muss eben mal außen rumrennen, ne? Na gut, dann können wir auch das hier oben noch mitnehmen. Vielleicht macht sich das Inventar ja von, äh, alleine nochmal irgendwie bugfix mäßig, äh, während des Streams. Los, los! Wie krass sind die denn hier? Wie nach der Hilde singen? Nehmen wir die verlassene Stätte hier gleich mit. Oh ja, okay. Skitter. Oh ja, okay. Skitter. Jetzt? Ah, da ist im Ghulnest. So, schöne Bomberin ihr jaagt hier. Hab ihr Block? Oh ja! Oh ja, wir sind nicht so. Ah ne sind wir nicht? Ah! Oh ja! Oh ja, das ist ja wohl so. Ah! 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 Gut. Da haben wir. Gleich mal ein Dorf gesäubert hier. Können die Menschen wieder zurückkommen. Meistens gibt es dann da auch so einen Händler. Also manchmal kommen da auch Händler wieder zurück. Da vorne, der Kaufmann. Und da kann man dann auch Gewinnspielen zum Beispiel oder halt Sachen kaufen oder so. Das ist immer ganz gut. Gibt es ja noch irgendwas zum... Gerald, danke für alles. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Sammobilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Der hat es schwer. Mehr guckt hier. Nein, nein. Sei gegrüßt! Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Vielleicht gibt es ein paar Karten. Der hat auch keine. Was denn da los? Alle keine Karten hier. Guck mal, aber der hat Hühnchen. Ja, aber gibt nur 10. Was ist der hier noch? Welche mystische Zutaten? Ich glaube also, wenn wir sowas bräuchten... Ich glaube, das sollten wir es mal lesen, bevor wir es verkaufen. Leb wohl! Bisschen. Klar, ich stelle sie einfach mitten ans Feuer hier. Läuft bitte ja. Boah, das Fackern geht mir auf den Sack, ne? Sei gegrüßt! Ich würde mir gerne dein... Sturmes Beil. So. Also, ich persönlich verkaufe den ganzen Alkohol auch immer, weil ich das sehr belastend finde, unter Alkohol zu spielen. Ist das denn ein Trank aus? Okay. Zwiebel. Grillt das Zwiebel rein? Das verschwimmt dann nämlich immer alles so. Und ja, ich weiß nicht, das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Äh, dann so zu gucken. Bei nem Schmied kriegen wir mehr dafür. Ne, das verkaufe ich bei nem Schmied. Da kriegen wir mehr für die Sachen. Aber wir haben das Anschlagbrett mitgenommen hier. Äh, die Markierung. Okay. Die sind traurig. Glamer hat ein paar Ghule bekämpft. Hey, du da! Ja? Sieh an! Wir haben einen Kunden. Ich wollte euch nichts abkaufen. Ich fürchte, da bist du schief gewickelt. Du musst zahlen, wenn du durch willst. Und wenn ich's nicht tue? Hehehehe. Dann bist du tot. Der hat schon die zwei Schwerter auf dem Rücken gesehen, oder? Genau, das da. Hehehe. Siehst du dieses Medaillon? Äh, Boss! Boss! Klappe zu, Sobek! Ja, ich sehe es. Wir wollten kein... Erkennst du die Gilde? Ja, Meister. Vergib uns, dass wir's nicht früher bemerkt haben. Bitte. Boss! Boss! Und jetzt zuhören. Ich komme vielleicht wieder. Eines Tages. Keine Ahnung wann. Aber ich will euch dann hier nicht vorfinden. Ist das klar? Wie Klosbrühe, Herr. Mögen die Götter dir eine geschwindere Reise schenken. Boss! Boss! Was ist nun wieder? Sobek! Boss! Er ist ein Hexer! Sobek! Was? Halt den Schnabel! Ich hier gut. Was ist das? Okay, cool. Machen wir jetzt einen Schatz hier von? Oh, nur das war doch... Ja. Lauf, Plätze! Ja, leider nicht. Aber wir müssen ja auch nicht gleich jeden umbringen, ne? Also... Ach, Mist. Ich bin falsch gelaufen. Wo will ich denn? Ich muss in die andere Richtung. Klappen. Nein. Ja. Ja... Ich weiß. Ich weiß. Aber ich glaube, heute sind schon genug gestorben, oder? Das ist hier wieder so ein Schrein. Schneller! Kein Schrein. Lauf, Plätze! Einfach der Weg zu Ende hier. Was ist denn da los? Wir haben einfach gehört, die Straße weiter zu bauen. Achso. Und da ran könnte es fliegen. Da liegt ein Pferd. Da liegt noch ein Pferd. Was ist denn los? Überall Pferde hier. Äh... Sieht doch nach Arbeit aus. Hallo! Hallo! Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja das. Wie eine Glasscheibe im Wind. Seine Augen waren rot wie glühende Kohl. Er neigte sich zu mir herüber und flüsterte... Buh! Gute Herrinnen, gütige Herrinnen. Woher stammt nur der ganze Glauben? Looten, looten, looten. Looten, looten, looten. Wir wollen ja auch was verkaufen. So, räumen wir noch die Häuser leer. Wir brauchen ja auch Essen. Schade, manchmal findet man auch noch eine Quest hier oder so. Verlässliche Waffen aller Art. Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer. Gravierte Schlagringe für die Damen. Och, ne, ist doch schwer. Emanzipation. So muss das. Bist du in der Lage, Waffen in Meisterqualität herzustellen? Für wen hältst du mich? Für Hattori? Hattori? Der beste Handwerker Novigrad. Deshalb haben alle von ihm gehört. Er soll jetzt im Ruhestand sein. Und nein, niemand kann das, worum du bittest. Zeig mir deine Waren. Na, hier haben wir 61 gekriegt für das Ding. Was hat der so? Hexer Elgar. Uuuuh. Neue Schätze. Hexer Ausrüstung. Lup, lup, lup. Ist da auch noch Quintkarten hier? Ne. Uiuiui. Die Axt ist ja... Okay. Können wir alles noch nicht tragen. Das könnten wir tragen. Und Silbersperl. Chance auf Bluten. Uuuuh, das ist krass. Aber 300 Gold. Boah. 350. Ne, das ist mir zu feuer. Wir können ja mal gucken. Vielleicht kann er uns ja was machen. So, dafür brauchen wir erstmal Stufe 16. Sind wir 7? Okay. Ne. Silberschwert, da können wir nicht. Hm. Das ist unser Pieper-Einschwert. Das haben wir schon. Ja, nö. Schade. Na dann reparieren wir wenigstens nochmal. Na, dann spielen wir nochmal eine Runde Gwind. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Wenn wir auch noch Karten spielen können, habe ich alles, was ich brauche. Ich glaube, wir haben heute ein bisschen Zeit. Können wir auch ein bisschen länger spielen heute. Schauen wir bestimmt noch ein bisschen was. Äh, wie wir starten? Ne. Achso. So. Uh, was denn? Uh, was? Woher? Äh, da brauchen wir Belagerung. Chlorine Kälte. Chlorine Kälte ist schon mal gut für den da. Äh, ich glaube Belagerung brauchen wir dann nicht bei Scoia-Tel. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, dann können wir den ja auch wegmachen. Oh ja. Sieht auch gut aus. Alles? Das ist meine Kamera. Guck da raus. Achso. Ja. Ein Stück. Oh ja. Mein Gott. Was dir so alles auffällt, den lieben langen Tag? Ähm. Tja, warum wir denn das jetzt? Ach, das war eigentlich Quatsch. Eigentlich hätte ich auch die Belagerungsdinger spielen können. Ja, ich spiel mal die Belagerungsdinger. Weil die kann ich mit der wiederholen. Nein. Mach mal. Wer habe ich jetzt? Okay, der passt. Ist eigentlich schon reich. Nee. 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 War da endlich. Hm, machen wir nicht jetzt am blödesten. Na, dann brauche ich den raus. Klörende Kälte brauche ich den sowieso nicht. Okay. Okay. Ich hab die Musik. Ja, die Scoia-Tel, die gehen meistens auf diese Bogenschützen, also auf die Fernkampfeinheiten. Alter, was ist das denn, ein Level 10er, okay, der passt, cool, äh, kann ich jetzt, kann ich den nicht aktivieren, ja. Hab ich keinen dichten Nebel drin? Zack, ja, reicht aus. War aber knapp, also der 10er war ja nochmal krass. Eine Quest von Schwertern und Knöbeln, okay. Kennst du den Preis für ihre Hilfe? Wie eine Glasscheibe im Winter. Seine Augen waren rot wie glühende Kohle. Er reinte sich zu mir herüber und früsterte... Der erschreckt sich jedes Mal, ist so süß. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Läuft bei ihm. Das ist einfach cool, wie wir... Willst du reden? Nicht mit mir, mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Okay. Ich hab ein Brot für dich, wenn du möchtest. Sie haben keinen am Leben gelassen. Herr, hier rimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fläder. Ich hab meine kleinen Gäste in die Rezeptpläten geschehen gelaufen. Wie bleibt? Allein? Du weißt doch, wie es ist. Zu viele Mäuler zu stopfen. Was bist du nur für eine Mutter? Jetzt bleibt mehr für die anderen. Schrei mal nicht so laut. Ganz schön macht. Denken ja hier sonst noch was. Du bist also dieser Weiße? Sollte man meinen, wa? Gibt es aber viele. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich hab schon interessanteres aus meiner Nase geholt. Darf ich ihn töten? So. Jetzt sieht doch eine Arbeit aus. Okay. Traurig, dass du dich darüber freust. Aber gut. Die lustige Wind. Ein grauhaariger Typ wie du muss ja Erfahrung haben. Kämpfe gegenstammt Fischfresser. Du wirst nicht mehr so... Was hältst du da? Wie geht's euch? Irgendwas interessantes? Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Sei gegrüßt. Haben wir umgehauen den Typen. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So, die Tavernentypen, die haben noch immer Karten. Jawollo. Was ist das? Oh, ein Horn. Schön. Nehmen wir. Meins. Oh, Hammelkeule. Boah, 58 Gold will der dafür. Himbeersaft. Alter, warum ist das denn so teuer bei dem? Ist das Edelhühnchen oder Wachtel? Wachtel? Leb wohl. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne... Schrei doch mal nicht so, ey. Voll erschrocken jetzt, ne? Kleiner Pisser. So. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Ach, super. Hauen wir ihn um. Alter, 70 Gold. Uiuiui. Na, da machen wir ja Kasse jetzt. Ich bin kampfbereit. Na los, hauen wir um da den Sack. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem, äh, Hammer. Ja. Wie er guckt. Den Hammer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Na, das wird ja. Okay. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Äh, nein. Ich denke nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Du gehst das. Ich glaube, frage es. Arme, Junge. Zu schnell für dich. Es ist noch nicht zu spät, sich zu entgeben. Arme, Junge. Ist den rechten Haken? An dir war ein linker durch. Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Du musst noch den Schmied besiegen. Wozu warten? Fischfresser. Was willst du? Ich musste gewinnen, aber deine Familie soll nicht hungern. Hier, nimm die Börse. Das... Oh, danke, Meister. Ah, guck mal. Irre, wie der Hechtel. So, speichern wir das mal kurz. Geh mir aus den Augen. Ja, ist der Bruder da. Was? Dirkler, innerer Rinn. Hast du was Interessantes? Es ist noch nicht. Uh, wie viel? Gwinnkarten... Was haben wir hier? Satteltaschen? Haben wir eigentlich schon Satteltaschen? Ich glaube, Plötz hat noch nichts. Kaufen wir uns mal Satteltaschen. Ein bisschen Gold haben wir ja. Und hier, alter, Stärke der Einheit 10. Boah, das ist die, die, der hier gerade gespielt hat, glaube ich. Fernkampf mit Stärke 10. Krass. Eine Belagerungseinheit mit Stärke 10. Aljajajajajaj. Na, da geht's ja los. So, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Kram eingesammelt. Bei den guten Leuten. Können wir uns noch ein bisschen was wiederholen. Aber auch nicht mehr so viel. Äh. Ansonsten kann ich, glaube ich, auch die ganzen 10er-Sachen hier verkaufen. Weil ich habe ja auch 15er-Zeug. Apfelsaft habe ich. Hühner habe ich. Ja, komm, dann verkaufen wir hier den ganzen Kram. Großes Fleisch kriege ich sowieso am laufenden Band. Dann behalten wir nur noch die ganzen 15er-Sachen. Kriegen wir jetzt wenigstens noch ein bisschen Gold wieder von dem. Der interessiert mich tatsächlich. Zwiebel brauchen wir nicht. Gegrilltes. Okay, das gibt gar nichts. Na, dann behalten wir es. Gegrilltes Hühnerbein. Schade. Na, dann können wir mit ihm auch nochmal Gewinn spielen. Wie wäre es mit einer Party, Gewinn? So, wir haben ja jetzt hier so ein Horn. Und... Ja, wir haben tatsächlich keinen dichten Nebel drinne. Okay, nehmen wir mal einen mit rein. So, und wir haben ja jetzt hier Karten gekriegt. Achso, die sind bei den Skoyatel drinne, oder was? Bei Monster? Oh, wir haben ja was Kairan. Krass. Ah, hier ist sie. Okay, bei Nilfgaard. Aber wir haben, glaube ich, hier noch Nilfgaard da. Für ein Deck. Wir brauchen 22 Einheiten Karten. Ich kann ja mal alle mit reinnehmen, die wir jetzt haben. Mal gucken, wie viel zusammenkommt. Nee, reicht bei Weipen nicht. Nee, reicht noch nicht. Schade. Boah, ey, da haben wir... Aber da haben wir jetzt richtig starke Karten. Schade. Da haben wir jetzt ja richtig starke Karten. Nö, passt eigentlich so. Oh, die Dreie zusammen mit so einem Horn. Mein Gott. Richtig gut. So, jetzt nochmal klirrende Kälte, oder so? Jawoll, klirrende Kälte, wenn man es braucht. Nice. Aber ich glaube, die brauchen wir tatsächlich nochmal. Was ist denn jetzt am blödesten? Ich glaube, wenn wir einfach zwei von denen hier raushauen, haben wir zwölf, dann sollte das passen. Dann sind wir zwei Karten im Vorteil. Wir haben einmal klirrende Kälte. Falls es nochmal eine Runde geht. Und dann gucken wir mal weiter hier. Schade, dass wir den zweiten von dem nicht haben. Okay, der will jetzt auf Belagerung gehen anscheinend. Gibt er das auch? Vielleicht spielt er ja auch nochmal ein paar von denen. Noch mal ein paar Schwerte. Nee, macht er nicht. Aber dann machen wir es ihm auf jeden Fall nochmal ein bisschen schwerer. So, jetzt muss er erstmal rankommen. Und die drei heben wir uns auf. Oh, wir können unsere Fähigkeit hier aktivieren. Nein. Den ja. Zack. Ja, holo. Und wir ihm einmal mehr geschwächt. Okay, haben wir noch ein schönes Wetter geforced von ihm. Aber er hat ja nur noch zwei Karten, also... Da muss er jetzt erstmal rankommen, wa? Na ja, klurrende Kälte hat er auch. Interessiert uns aber wenig. Oh, nice. Haben nicht mal die Dreierkombi hier eben noch. Das läuft. Läuft, läuft, läuft. So, waren wir hier schon drin? Nee, können wir aber nicht. Gloriel geht es immer noch Schmerz, weil hier sind sie attraktiv. Seid, sie hat es nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer sich bei sich den Ausversorgern haben. Zu den Schwestern. Und wie soll ich die bezahlen? Mein Auer war klein, warum haben wir noch hinten so? Wenn unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das sagen hätten, wenn wir ihnen gehören, wenn wir sie nicht mehr so übermütig sein können. Joa, war ja relativ einseitig das Game. Okay, hier ist abgeschlossen. Cool. So, dann würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt mal langsam auf den Weg hier zu den Hexer... äh, zu den... zu dem Schatz. Ich will jetzt nämlich da langsam mal hin. Genau. Jetzt können wir auf dem direkten Weg nochmal da jetzt... Heia! Ich töte aber nur Monster, wenn ich dafür bezahlt werde, mein Freund. Ich mach hier nischt umsonst. Wir sind ein Hexer. Ach ja. So ein kleiner Waldspazierritt ist doch auch mal was Schönes. Ich hab viele Bäume hier umgestürzt. So, jetzt sind wir so gut wie da. Ich lass mal Plätze hier stehen. Gucken. Knackt hier alles, ne? Okay, Monsternest. Schnellreisepunkt. Okay. Cool. Ah ja, ist markiert. Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Das ist das Grab von Georg anscheinend. Komm schon. Komm schon. Was ist das? Was ist das, glaube ich? Was ist das? 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 Was ist denn da? Oh, okay Jawoll, haben wir für sich das Vieh. War ein Vampir, guck an. So, wo ist jetzt der Waldschraub? Alter, okay, wir haben ja schon was gesammelt. Wolfsschule, ja! Geil. Will ich machen. Boah, da war das Schema für die Greifung. Greifen, haben wir gesehen? Cool. Geil. Weifenschule. Müssen wir mal gucken, was die kann. Aber wenn die schon mal besser ist. Okay, hier haben wir jetzt eine 4 von 6 gesammelt. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist etwas. Geil. 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 Geil.